Ufo-Alarm am Himmel über New York. Eine Passagierin filmt die Aussicht mit ihrem Handy auf ihrem Flug über New York. Plötzlich hat sie dieses undefinierbare Objekt vor der Linse. Blitzschnell rast ein schwarzes, zylinderförmiges Objekt an ihrem Fenster vorbei. Die Passagierin meldet, was sie gesehen hat der amerikanischen Luftfahrtbehörde, stellt das Video online zur Verfügung. Nun wird gerätselt, um was es sich bei diesem Objekt handeln könnte, eine Erklärung gibt es bislang nicht. Auch die US-Behörden untersuchen aktuell den Fall.